Ich bin Galinde Tadl, mein Mann und ich, wir bewirtschaften seit 20 Jahren den Betrieb, haben drei Kinder, haben seit jeher einen Mutterkuhbetrieb, arbeiten von jeher genfrei, erzeugen alle unsere Futterwittel selber und seit 14 Jahren sind wir mit der Familie Ottelinger im Geschäft. Ich bin der Franz Ottelinger, aus der Hofmetzgerin Ottelinger. Wir haben seit 20 Jahren ein Programm mit Wittelspacher Weiderind. Die Galinde Tadl und ihr Mann sind bei uns im Vertrag und werden uns beliefern mit ihren wunderbaren Viechern. Die Viecher werden aufgemestet mit Gras und auf der Weide im Sommer. Im Winter dann in Strohhaltung mit eigenes Hochfutter. Wir geben auch repariertes Eiweiß, das ist uns ganz wichtig. Und wir haben da mal einen Verein gegründet, Wittelspacher Weiderind, und da haben wir etliche Bauern dabei und dadurch sind wir in einem Verbund, die die Viecher aufmisten. Und wir sind die Metzgerei, wo wir selber schlachten, selber vermarkten und selber verkaufen unsere eigenen Läden. Wir haben acht Läden und verkaufen das in Augsburg, in Neuburg, im Raum Pöpnäs und überregional bis nach München, wo das Operhaus zum Beispiel, wo wir auch beliefern. Und haben eigentlich einen sehr guten Erfolg mit dem Programm. Und macht uns Spaß, wenn man so eine gute Ware bekommt und so einen netten Partner hat, wo man eigentlich kommunizieren kann und immer korrekt zugeht und ehrlich zugeht.